moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von nicht der weisheit letzter schluss dieses mal gucke ich mir rino linux an das ist ein rolling release ubuntu also das ist jetzt relativ neu und ja ich habe es mir vorher nicht angesehen gucken wir uns das ganze zusammen an was da so auffällt und ja ob das eventuell was ist oder auch nicht von der rino linux webseite habe ich so ein paar sachen herausgesammelt also das ganze hat eine unicorn desktop also ein einhorn desktop das ganze ist auf basis von xfce ja das ganze ist wie schon gesagt ein rolling release ubuntu also ihr habt da keine lts version keine quasi stabil inzwischen version sondern es gibt halt ständig neue pakete und es gibt einen paket manager der wiederum andere paket manager einspannt damit pakete aus verschiedenen dingen installiert werden können also apt natürlich dann wird wahrscheinlich auch flat pack mit dabei sein und vielleicht noch ein bisschen was anderes aber das gucken uns gleich mal an wie das aussieht wenn ihr selbst das ganze probieren möchtet guckt einfach mal auf der rino linux webseite nach da könnt ihr in iso runterladen und das ganze in der virtuellen maschine installieren und das mache ich jetzt auch mal ich habe das ganze jetzt mal in virtualbox rein geschmissen das iso und gestartet und dann bin ich einmal mit den falltasten nach oben und nach unten gegangen damit ich das menü sehen kann ansonsten startet es mit dem ersten menüpunkt einfach durch ohne dass ich den sehe aber ich wollte gucken was es noch so gibt also man kann rino linux ausprobieren oder installieren also das wird wahrscheinlich so sein wie bei so einem live ubuntu wo es dann installer gibt und dann haben wir hier noch den safe gr den safe graphics modus und irgendwas anderes booten da ich eine frische virtuelle maschine habe habe ich sowieso nichts anderes und ich könnte den rechner ausschalten von daher nehme ich mal den ersten punkt und da ändert sich die auflösung jetzt schon mal irgendwie so mal gucken ob ich ja auch schnell noch unten dieses goldings loswerde jo das geht und die nächste neue auflösung so noch mal anpassen ach so unten fehlt wieder was das ist müssen groß hier mal gucken ja system da werde ich ja wahrscheinlich irgendwas finden wo man das auch einstellen kann okay wie es cool install ja oder haben wir da unten noch irgendwo was settings settings mehr display nein das ist bloß für power management das ist ja echt und praktisch also ich kann nichts anklicken nichts einstellen eigentlich so hier so ein standard dings wo man die auflösung einstellen kann set settings manager display das nehme ich denn mal das hier passt eigentlich immer ganz gut da so hin so so gut wo wir das denn mal geklärt hätten install denn eigentlich will ich mir das nicht vorher angucken bevor ich es nicht installiert habe dort haben wir jetzt diesen rino linux installations assistenten und er schlägt mir schon gleich deutsch vor wie ich bei einer anderen folge von unserer genre und haugeschuh gelernt habe guckt er wohl nach der ip-adresse und wählt dann eben ein passendes sprachschema für mein land vor also bei anderen ubuntu varianten ist das wohl auch so und hier ist es dann genauso also von daher wenn ihr jetzt in frankreich sein solltet wird er wahrscheinlich französisch vorschlagen und da ich mich in deutschland befinde ist es halt deutsch so weiter berlin zeitzone stimmt tastatur mal gucken das sieht auch gut aus dann möchte ich ich habe hier so eine 50 gigabyte virtuelle festplatte drin ich möchte die verwenden und die kann komplett genutzt werden dann macht er mir so ein schema da draus also so wie es aussieht einfach 50 gigabyte ext 4 und irgendwas anderes also keine swap partition oder so weiter ihr vollständiger name der einfachheit halber so was bitte für produktivsysteme natürlich sinnvolle passwörter verwenden die sowas was hier steht also ihr könnt euch wahrscheinlich denken was da steht obwohl bloß punkte dort sind also produktivsysteme sichere kennworte wählen das dient eurer sicherheit so weiter dann haben wir ja noch die übersicht was ich bis jetzt schon so eingestellt habe oder wie es vorhin gestellt war und ich das abgenickt habe also für deutschland die verschiedenen einstellungen da haben dass da tour auch die partitionierung die sehr simpel ist und jetzt einfach installieren jetzt installieren so dann kriegen wir gleich schon ein bisschen werbung also es gibt diesen ist zu schnell ich kann auch leider nicht zurück oder doch irgendwo hier sind oder nein kann ich gar nicht ich kann einfach bloß hier hin klicken damit ich das nächste krieg und wenn ich noch mal kurz hier der paket manager kann flatpack snap und app image wohl und apt und das wird alles vereint in einer oberfläche vielleicht oder ja schauen wir uns mal an so was haben wir hier packstor flatpack apt und snap okay gut das hier war eher so ein kommandozeilen programm rino punkt pkg also wie blöd dass man da nicht irgendwie denn sagen kann stopp oder so und die zeit ist ja auch relativ kurz wenn man sich das noch mal genauer angucken möchte so ein screenshot dann ist da schneller weg als man ja klick nicht sagen klick nicht ja gut warten wir mal ein bisschen welch freudige botschaft alles ist erledigt und jetzt können wir das system neu starten mit unserem frisch installierten rino linux und das machen wir natürlich auf erledigt gehen und mal gucken ob es klappt ob auch die dvd die virtuelle dvd ausgeschmissen wird aus dem virtuellen laufwerk ja das könnt ihr nicht sehen aber das hat sogar funktioniert also neustart sieht normalerweise anders aus das ist eher so ein hängen bleiben darum gebe ich dem jetzt mal so einen reset also die virtuelle maschine starte ich mal neu und mal gucken ob das ganze hoch fährt jo das sieht schon gut aus dann haben wir wieder eine andere auflösung mal wieder und mal gucken ob wir gleich die richtige wieder haben die ich per hand eingestellt habe noch nicht so und nein okay gut schön dass sowas funktioniert aber ich weiß jetzt wie es geht dies dies geht auch für anzeige so hat wieder eine standardeinstellung genommen die ich vorher nicht umgestellt hatte so das hier möchte ich haben genau diese konfiguration behalten genau und dann passt es auch wieder dorthin jetzt können wir uns mal ein bisschen auf die kirsch begeben und mal gucken was wir dort so alles entdecken können ja mal schauen da haben wir einmal dieses u hier eine search bar wenn ich einfach mal test eingebe dann bekomme ich hier ein ein einstellungen termine te ok tast also das ist eher so eine unscharfe suche und jetzt könnte ich mit alt und vier den letzten punkt auswählen und da kann ich jetzt noch verschiedene dinge einstellen bei xfc e ok mhm 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 ähm was möchte ich denn jetzt mal ähm grundlegend eingestellt ist es ja also meine auflösung ähm ist schon mal richtig gesetzt und wenn ich jetzt mal sage paket oder pack eigentlich suche ich ja so ein paket manager nö da finde ich irgendwie nichts jedenfalls nicht mit den stichworten die ich jetzt genommen habe vielleicht muss ich andere nehmen gucken kriege ich hier sowas soft inst anwendungsfinder aber das bezieht sich jetzt ja auf die bereits installierten anwendungen also nicht dass ich jetzt was neues hinzu installieren könnte jedenfalls nicht dass ich das jetzt hier so sehe mal rechtsklick drauf was haben wir da denn dokument erstellen start erstellen anwendung damit jedenfalls so ein standard menü noch mal und mal gucken ob man da irgendwo noch was system vielleicht zubehör mhm also irgendwie fehlt mir jetzt so ein grafisches programm mit dem ich einfach mal software installieren kann oder aktualisieren kann benachrichtigung benachrichtigung ist da noch irgendwas also da ist jetzt auch nicht so ein update manager dass der lockout ok gut wäre es auch so gedacht dass ich das auf der kommandozeile mache also ach nee ich habe ja ein ubuntu unterbau also muss ich sudo minus i machen damit ich gut rechte kriege und rino pkg so mal gucken was macht das denn wenn ich nichts angeben installs update update machen was man update mal gucken was da passiert ja ja ich bin mir schon sicher dass ich das möchte das sind dann erstmal die standard debian pakete die wir da hatten natürlich nicht debian sondern ubuntu paket aber es sind schon debian pakete als solches auch wenn sie vom ubuntu system stammen also von den mir aus da haben wir hier oder ob sich da irgendwie was anderes noch reingemogelt hat also jetzt auf den ersten blick sieht es nicht danach aus dass da irgendwie flat packs oder irgendwas anderes drin wäre ja und jetzt auch das halt ein bisschen bis diese ganzen pakete darunter geladen sind also ja schon fast ein gigabyte kommt da zusammen also da kommt wahrscheinlich relativ häufig eine menge zusammen eben aufgrund von diesem rolling release ansatz der anders ist also wo es halt eine größere fluktuation gibt an paketen gut statusbalken simulator das entpacken und konfigurieren das geht sehr apt typisch also den teil der den kennen wir vom ganz normalen apt oder apt get von einem debian oder bundesystem und das wird hier jetzt so ein bisschen eingeblendet und ja dpkg wird gerade ausgeführt und macht diese konfiguration hinterher also insgesamt finde ich das eigentlich ganz nett so gemacht also mit diesem kasten drumherum und das da unten dieses dieses kleine dings da sortiert also das ist schon irgendwie ganz nett gemacht auch wenn es im text modus ist also ich brauche jetzt eigentlich keine grafische oberfläche dafür wo ich ja sowieso relativ viel auf der kommandozeile mache aber der ein oder andere könnte jetzt so ein grafisches tool auch vermissen also vielleicht steckt es irgendwo drin ich habe es bloß nicht gefunden kann sein oder dass die zielrichtung wirklich ist dass man das über die konsole macht das kann auch sein denn von diesen screenshots die am anfang da so durch liefen sah das eigentlich auch erstmal nicht so aus als ob man da irgendwie was grafisches hätte also das aktualisieren hat jetzt überwiegend funktioniert aber am ende wird noch angemerkt dass pack stall nicht als root ausgeführt werden sollte sondern als normaler benutzer von daher mache ich das ganze jetzt noch mal als mein benutzer test also mit strg und die beende ich hier den root login und bin wieder der normale benutzer von dem ich mir und rechte über sudo minus e geholt habe so und wenn ich jetzt sage rino pkg ob da so genau jetzt möchte ich das noch mal jetzt muss ich mein passwort eingeben und mal gucken ob dieses pack stall gleich zufrieden ist alle pakete sind aktuell und also ein peck store jetzt kommt das nächste und wir haben dort peck stall def können wir mal gucken was das ist also gucken wir uns noch mal an was sie ist peck stall def wirklich ist also ich mach das jetzt nicht übersetzen hier ok da ist cookies super nice eigentlich nicht aber wenn die meinen das ist schon das arch user repository für ubuntu ok gut er also wie schon vermutet nur das installiert diese art pakete diese zusätzlichen pakete auch unter buntosystem ok rätsel gelöst also es riecht so ein bisschen so nach dem pack man das ist das von art glaube ich irgendwann habe ich sowas ja auch schon mal gemacht danach sieht es jetzt so ein bisschen aus und ja ich würde es einfach mal so lassen wie es dort ist und ja also die bauen verschiedene paket systeme in das komplett system ein und da wird jetzt glaube ich gleich lustig oder compiling sie objekt also da werden wahrscheinlich quellen runtergeladen so wie dieses von art dieses user repository also die ist auch art user repository wo pakete drin sind die nicht direkt vom projekt kommen sondern durch irgendwelche benutzerbreite bereitgestellt werden also sowas in der richtung von diesen pprs die man von ubuntu hier kriegt bloß dass die software auf dem eigenen system noch mal kompiliert wird aber so wie es aussieht werden hier abhängigkeiten über debian pakete aus dem ubuntu bereich natürlich erst mal aufgelöst die werden installiert und dann werden da jetzt vielleicht diese pakete von pacman gegen die bibliotheken gebaut also hier dieser unicorn desktop und git kommt denn daher also das ist irgendwie eine ziemlich wilde mischung also wenn das funktioniert warum nicht aber also für einen täglichen einsatz hätte ich eher bedenken dabei also vor allem wenn ihr jetzt mit linux vielleicht anfangt lasst lieber von solchen experimenten die finger denn wenn da irgendwas nicht funktioniert die community zu rino linux ist halt deutlich kleiner als die zu anderen projekten also ob das jetzt linux mint ist jetzt wird hier wirklich loskompiliert von daher ist ein interessantes projekt im moment würde ich sagen aber ihr solltet euch zu helfen wissen wenn irgendwas nicht funktioniert also von daher das ist nichts für einsteiger und ich würde sowas eben auch nicht für eine produktiv umgebung benutzen denn dafür möchte ich eigentlich dass das was gestern noch funktioniert hat heute auch noch geht und das ist auch morgen noch funktioniert also da habe ich keine zeit und keine lust irgendwelche experimente zu machen das ist für mich denn arbeitswerkzeug das muss funktionieren also das ist eine arbeitsumgebung und bei sowas ruling release ach nee möchte ich jetzt mal nicht editieren also der kernel wird anscheinend hier jetzt oder was macht das obwohl das leder hast du da leder jetzt hier ein ppa-körner runter also der ist nicht bestandteil von dem normalen ubuntu also der der kommt jetzt also der ist zwar vom ubuntu projekt irgendwie aber das nochmal extra in einem ppa also das ist wohl nichts was standardmäßig ausgespielt wird damit wäre das natürlich extrem aktuell aber ob der zustand jetzt auch besonders gut ist ob das jetzt immer stabil läuft also müsst ihr einfach wissen ob der das experiment eingehen wollt denn von dem datum hier ist das jetzt ungefähr eine woche alt weil mir jetzt hier den 30 9 gerade also zum zeitpunkt wo ich es aufnehmen mal gucken ob es gleich noch hoch fährt ob es sich dann zerlegt aber ich glaube schon dass es funktioniert aber ob das immer so so eine schlaue idee ist immer das allerneueste zu nehmen ja ich würde eher sagen nein aber es kommt darauf an was ihr haben möchtet als nächstes haben wir jetzt auch die frage ob wir jetzt auch noch firefox bin aktualisieren möchten ja möchte ich auch also wenn ihr schon dabei sind dann möchte ich das auch und das geschieht wahrscheinlich über die diese diese pacman skripte also da kann ja alles mögliche drinstehen entweder wird software im quelltext untergeladen auf dem eigenen system übersetzt oder es werden auch einfach binär dateien runtergeladen wie hier der firefox den es hier als ta bz info kompilierter variante auf dem mozilla server gibt und das wird dann irgendwo hin entpackt und dann haben wir höchstwahrscheinlich den top aktuellsten firefox das entpacken und installieren von dem firefox ging jetzt sehr schnell und jetzt sind wir auch wirklich durch mit diesem aktualisieren hier ich kann das ja noch mal anschmeißen ob jetzt innerhalb von also ist zwar ausgewählt das oder das y ist zwar grün aber grün bedeutet nicht dass es aktiv ist sondern vorangestellt ist eben nur beziehungsweise nein also aktualisieren standardmäßig ist aus mal gucken ob ich jetzt so ein debian typisches minus vielleicht jetzt auch nee das kann ich nicht und was steht da oben minus minus help mal gucken achso das ist schon alles äh so mal gucken gibt es eine main page dazu ok gibt es nicht und ja ok gut also erstmal so scheint es wohl keine option zu geben so dass man automatisiert software aktualisieren kann beziehungsweise beim installieren wird das wahrscheinlich genauso sein was ich bei apt sehr gerne verwende für meine skript also die sollen nicht nochmal nachfragen sollen wir jetzt dieses dings auch wirklich installieren wenn ich das in meinem skript drin habe soll diese installation auch automatisch vorgenommen werden und keine rückfragen mehr an mich stellen das sieht erstmal so aus dass es das nicht gibt und hier steht dann nochmal ein bisschen dann welche paketsysteme eingespannt werden also apt dann flat pack snap und pack stall gut bei dem installieren von dem firefox da ist mir denn aufgefallen dass da stand die us version wird runter geladen mal schauen wie es mit lokalisierung aussieht also nachmittags ist ja schon sehr deutsch und wie es bei anderen also der ist hier erstmal auf englisch und wenn ich jetzt weiter gehe genau zu deutsch wechseln also wird zwar schon die englische variante runter geladen aber man kann denn hier drüber ganz einfach um umschwenken auf eine andere sprache und ja gut dann habe ich den firefox auf deutsch mit gesponserten quatsch auf deutsch super ja das kommt gleich mal alles weg hier den werbungskrams da schließen so wie man so ein firefox einrichtet beziehungsweise wie ich den normalerweise einrichte dazu habe ich schon mal ein video gemacht das könnt ihr euch auch gerne angucken welches so diese standard dinge sind die ich dort immer mache also möglichst wenig werbungskrempel wenig rumgeblinke hier diese kombinierte such- und adressleiste finde ich irgendwie aus sicherheitsgründen eine dumme idee beim firefox kann man es glücklicherweise wieder zurück einstellen dass man eine adressleiste hat in die man wirklich bloß adressen eingeben kann also webseiten urls und dann ein extra suchfeld wo man wirklich nur suchen kann denn wie oft passiert das schon dass ihr vielleicht irgendwie ein hostnamen von einem internen system dort eingebt habt euch irgendwie an einer stelle verschrieben und schon weiß google wie ein internes system heißt und je nachdem ob da noch irgendwelche weiteren parameter dran sind ist das für google und andere suchmaschinen die das denn kriegen vielleicht doch mal interessant besonders wenn sie in den usa sitzen und diese informationen auch im zweites fall weitergeben müssen an verschiedene stellen also von daher finde ich es immer gut wenn man das hier in zwei teile aufteilt dann bin ich ein bisschen sicherer dabei gegen meine eigene blödheit schauen wir mal was es hier noch so gibt bei dem rino pkg also gibt es auch sonst search damit kann ich denn dinge suchen ich will einfach mal suchen ob es den brave also einen anderen browser auch gibt und den gibt es in verschiedenen ja also verschiedene varianten ist eigentlich falsch also hier gibt es einmal bei libbrave wenn das was anderes dass hier das thema von gnome hier das ist auch ein anderes das will ich auch nicht haben also mich interessiert wahrscheinlich genau das hier der wird brave über ein debian paket installiert aber über pex doll man kann den brave auch also steht alles auf der webseite drauf da bindet man eine eigene paket quelle ein mit apt sources list und so weiter und dann hat man den drin im system und jedes mal wenn es ein update gibt dann bekommt man auch die neue version wenn man sein system updated so aber ich möchte einfach mal probieren install das da und ja welches paket installiert werden soll ich habe sowieso keine wahl also probiere es okay also ich muss wirklich hier eine zahl eingeben selbst wenn es eindeutig ist und hier natürlich auch noch mal bestätigen also y und ach so diese datei möchte ich oder ich guck da mal rein also hier steht denn drin von wo das ganze runter geladen werden soll und das setzt sich aus verschiedenen parametern zusammen also die paketversion das ist die hier und dann hier gifs das ist brave browser und denn pkg wer ist die da also die kommt da und dahin und dann wird der komplette fahrt also diese url wo man es runterladen kann direkt von dem brave projekt angegeben homepage und dann gibt es hier noch so eine hash summe die bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die runtergeladene debian paket datei und ach so was es auch noch braucht es braucht auch noch diesen schlüssel bund von brave damit da den ort man die signatur überprüft werden kann ja gut ich habe da erstmal so nichts gegen also von daher verändere ich das nicht also hier in dem ersten schritt wurde dieser schlüssel bund runter geladen und auch installiert und im zweiten schritt wird ja der brave browser als debian paket runter geladen das ist darunter geladen worden und dann brauche ich hier noch ach so ok gut und dann wird die debian paket datei hier installiert und apt sieht dann gleich da brauchen wir noch eine abhängigkeit für da brauchen wir noch die es von liberation für und das wird denn zusammen alles installiert und jetzt müssten wir eigentlich über das hier nehmen ach da da ist ja schon b ist ja relativ weit am anfang und jetzt habe ich hier ein brave browser in den standard einstellungen der ist jetzt schon auf deutsch weil wahrscheinlich weil er einfach die sprache erkennt in der mein system eingestellt ist im gegensatz zu dem firefox der erstmal eng gestartet aber dann sofort anbietet dass man es auf deutsch umstellt ja da ist zwar nichts importieren aber macht das trotzdem gut das möchte ich nicht das möchte ich auch nicht und dann haben wir wieder diesen standard brave mit diesem tüdelüter an der seite gut also das hat insofern auch schon funktioniert wenn ich jetzt noch mal nach was anderem gucken zum beispiel kdn live das ist die software mit der ich videoschnitt machen da gibt es die quellen bei api t drin und da möchte ich denn das erste also dies kdn live data das wird zwar gebraucht für kdn live aber das andere ist das hauptpaket und da wird mir mal gucken wo steht es denn irgendwo müsste doch jetzt hier auch da 23 8 also das ist schon das aktuelle meine ich also das ist das aktuelle weil das ja rolling release ist dann gibt es vielleicht so auf den ubuntu servern so vorab version von der software also sowas wie debian testing wo jetzt schon diese 23 08 version von dem kdn live drin ist also kein ppa sondern dass das offiziell zu dem ubuntu dazu gehört zu diesem testing zweig oder wie auch immer das heißt mm mm okay also der möchte jetzt den aktuell laufenden kernel entfernen wir haben ja schon neueren installiert ich möchte das eigentlich abbrechen aber wenn ich das jetzt abbreche dann geht das so nicht also dann breche ich wirklich das komplett ab und da das hat in diesem rapper hier drin ist also ich glaube ich probiere das jetzt einfach doch mal also ich sag gleich nicht abbrechen damit ich da mein kdn live kriege und dann hoffe ich einfach mal das beste dass es hinterher nochmal hoch fährt ansonsten ist es dann hinterher auch schon vorbei diese folge ist ja auch schon ein paar minuten lang also das installieren hat jetzt funktioniert von dem kdn live sieht jedenfalls erstmal so aus ohne dass ich bei einem neueren durchlauf von diesem befehl hier nochmal gefragt wurde ob ich jetzt den laufenden kernel entfernen möchte von daher ist das schon mal ganz gut und mal gucken komme ich jetzt diese menü dahin so mal gucken kann denn kann denn live kann denn live genau 23 08 ah ja gut da kann man einfach mal gucken wie das ist media info ob das damit bei ist media info richtig geschrieben ja da möchte ich die möchte ich gleich die vier haben ja ja möchte ich und was sagt es mir noch freie effekte genau da sind irgendwelche tollen effekte drin die ich auch immer nach installiere also gut einfügen genau bitte nicht in die nächste zeile gucken wir uns jetzt in eine sommer schauen genau freier plugins da möchte ich die 0 haben so ok und dann habe ich hier 23 801 also statisch schon mal hoch also dass das funktioniert schon mal dann einmal möchte ich einen neustart machen mal gucken ob es klappt die auflösung verändert sich natürlich auch wieder mal schauen ob meine desktop auflösung jetzt wieder geht oder auch nicht also der kernel bootet schon mal ist schon sehr gutes zeichen und das ist wiederum nein und ja ok also aus dem installationsprogramm beziehungsweise diesem live modus wird die auflösung nicht übernommen aber immerhin beim installierten system das ist zwischen reboots auch wirklich gespeichert wird ja so mal gucken ob wir irgendwie auch noch libra office dabei haben da haben wir libra office also ich sehe jetzt keine festplatten aktivität ok ok lieb aha ok ähm rino ins ach ne quatsch rino pkg install mal gucken was ich da so angeboten kriege ich möchte eigentlich ganz gerne so eine art meter paket haben also hier sind so sprachspezifische pakete die auch total sinnvoll sind genau aber das hier möchte ich die 158 also das ist wiederum so ein bisschen lästig na also ich habe eigentlich den richtigen paket namen angegeben aber ich kriege ja trotzdem so eine liste mit ein paketen wo libra office entweder direkt im paket namen oder scheint auch so als ob das in der beschreibung drin steht so 185 wollte ich ja so ok und jetzt wird apt typisch das ganze zeug ist mit installiert also die ganzen abhängigkeiten kommen damit und genau hier habe ich auch die einzelnen komponenten also draw was zum zeichnen kalk tabellen kalkulation dann impress was zum präsentieren und weiter zum schreiben und alles mögliche was man noch dazu braucht genauso wie pakete die empfohlen werden aber nicht mit installiert werden also hier irgendwie mysql und postgresql anbindung und sowas alles mal schauen wie es jetzt hier aussieht wenn ich da jetzt liebe liebe genau jetzt haben wir die verschiedenen einzelnen programme die zu libreoffice dazugehören und da nehme ich mal den writer also das schreibprogramm und ja das habe ich jetzt in einer was sie da 7621 gucken wir nochmal was jetzt aktuell ist ne möchte ich nicht eigentlich möchte ich das gar nicht nein so so und 76 76 76 also early adopter aber eigentlich möchte ich hier die 76 moment 77 7621 und wir haben hier 7621 also das ist wirklich die neueste version davon also power user also okay gut ja also das ist wirklich das neueste vom neuesten was da installiert ist aber wenn man jetzt nicht unbedingt derjenige ist der immer das neueste haben will oder power user was auch immer das sein soll dann sollte man diese version hier nehmen weil die länger getestet ist aber die andere wird höchstwahrscheinlich auch genauso gut funktionieren ein paar neue funktionen haben und ja gut also wir haben gesehen dieses paket system das funktioniert es verbindet verschiedene teile und das klappt eigentlich erstaunlich gut ich habe das jetzt natürlich bloß mal kurz ausprobiert ich habe das vorher mir nicht angeguckt also es ist kein langzeit test das kann sein dass das ganze morgen auseinander fällt in einer woche auseinanderfällt und wenn ihr da euer business dran aufhängt oder sonst irgendwas kann das ziemlich blöd ausgehen weil ihr eventuell dateien nicht mehr öffnen könnt oder das system nicht mehr hochfährt also von daher guckt euch das gerne an einfach mal zum ausprobieren aber macht damit nichts systemkritisches also den status würde ich dem einfach nicht zu erkennen aktuell das kann sich natürlich in zukunft ändern wobei ich solche loading release distribution eigentlich für produktiv einsatz immer relativ ungeeignet finde ja das war es dann für dieses mal ich hoffe es hat euch wieder geholfen ich habe auch was entdeckt was ich mir ansonsten so nicht angeguckt hätte wenn ich kein video dazu gemacht hätte probiert es aus lasst es bleiben packt es einfach mal eine virtuelle maschine rein spielt damit mal ein bisschen rum und erst dann wenn ihr jetzt selbst meint das ist gut genug für eure zwecke dann installiert es quasi so dass ihr es auch normal benutzen würdet ja ansonsten abonnieren glocke drücken und bis zum nächsten mal und tschüss